Ja, morgen fliegen wir wieder nach Hause und sind heute schon mal nach Mölborn wieder gefahren und haben gedacht, wir gehen mal in Albertberg vorbei, weil nächste Woche ist ja hier die Formel 1 und stehen gerade bei der Boxeneinfahrt hier und haben uns gerade die ganze Box mal angeschaut und sie bauen halt richtig viele Trophäen hier auf, alles rum und dran, richtig viele Catering-Zelte und 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 ja, noch ist die Boxeneinfahrt zu, aber ich denke mal, die werden wir jetzt mal aufmachen. Dass die ganzen deutschen Fahrer hier rein können und schnell einen Boxenstopp machen können, also viel Glück, bis später.